Hi. Krass, toll. Danke. Du hast erzählt, du schreibst die Stücke auch mit Hilfe von dieser Loopstation. Ja, das mache ich. Es ist mir interessant, weil ich kann die Harmonies überlegen und arbeiten. Ja, genau. Ohne, dass du jemanden daneben stehen haben musst. Ja, ich kann das ganz alleine machen. Aber du hast gerade Oktober, November große Tour gehabt, da warst du aber nicht alleine unterwegs. Da hattest du schon eine Band dabei. Nein, ich war mit Band dabei, auch mit einem Background-Sänger. Das war auch toll. Cool. Wir werden auch in der zweiten Hälfte noch was sehen, wo auch noch zusätzliche Leute dabei sind. Du bist deine eigene Plattenfirma sozusagen. Ja, ich bin mein Boss. Sehr gut, sei nicht zu hart zu dir. Was plant der Boss in dem nächsten Jahr, was wird es von Cat Frankie Neues geben? Ja, mein Boss macht mir Stress. Ich hasse meinen Boss. Ja, aber ich arbeite gerade auf meinem dritten Album. Drittes Album. Und ja, es ist interessant. Interessant. ... ...